Also in unserer Stadt gibt es schon eine ganze Menge zu sehen. Egal ob du mit dem Fahrrad unterwegs bist, mal wieder mit deinem Auto im Stau stehst oder das Ganze direkt aus der Luft betrachtest. Wir zeigen dir die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive. Du findest uns auf Facebook, Twitter und YouTube. 2015 wird unser Jahr. Komm und besuche uns auf www.scooterhelden.de Das sind wir von A nach B, bewegen wir. Kein K-Konzept, wir pfeifen drauf. Wir holen unser Scooter raus. Scooter hin, das sind wir. Von A nach B, bewegen wir. Kein K-Konzept, wir pfeifen drauf. Wir holen unser Scooter raus.